Heute gibt es mein neues Juli-Layout und falls du Bock hast und mal schauen möchtest wie ich den Monat gestaltet habe, dann geht es weiter nach dem Intro. Willkommen in meinem neuen Bullet Jar. Jetzt ist es soweit. Ich hole euch mal noch ein Stückchen aus. Ja, also das ist von Amazon. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Das ist ein Limone Notizbuch. Habe ich mir geholt, weil ich immer wieder gefragt wurde, kannst du auch mal was anderes empfehlen außer Leuchtturm? Weil die Leuchtturmseiten ja auch sehr dünn sind und manche das einfach nicht mehr, wenn es durchdrückt. Also ich habe jetzt bei dem hier schon gemerkt, es drückt schon auch was durch, aber nicht so extrem, weil die Saiten halt einfach dicker sind. Das ist übrigens mein Future Lock, den ich mir angelegt habe. Ich hoffe, ich kriege sechs Monate in das Buch rein, weil es halt einfach weniger Saiten hat, weil es dicker ist. So, und da habe ich schon verkehrt herum angefangen. Also das war dann wirklich ein Versehen. Normalerweise kommt hier immer der Monat hin und da das Cover. Also ich mache es normalerweise immer andersrum. Und das ist mir nicht so gut gelungen. Also ich habe wieder was auf Pinterest gesehen und bin ich so ganz zufrieden. Also ich habe dann versucht, das Thema dann komplett wieder durchzuziehen. Die Monatsaufstellung, die ist gleich wie im letzten Monat auch. Und ja, ich bin dann halt so auf die Idee gekommen, da einen kleinen Mond zu zeichnen. Ein paar Sterne, die darauf gehängt sind. Wenn ich übrigens Termine habe, die ich vor Monaten schon gemacht habe, dann lege ich mir das dann meistens immer entweder ganz vorne in den Future Lock rein und wenn ich dann den Monat erstellt habe, kommt es dann in den Monat rein. So, meine Ausgaben. Ich bin jetzt wieder mal zu einer alten Schrift von mir zurückgekehrt. Die habe ich im letzten Jahr relativ häufig verwendet. Habe einfach da mal so ein bisschen rumprobiert und fand halt das Gelb, die 055 von Tombow, einfach Hammer. Also, also habe ich jetzt ja schon im letzten Monat verwendet und in dem Monat, also richtig cool. Ausgaben, wie das letzte Mal auch. Ich finde die Ausstellung passt halt einfach. Und mein Habit Tracker, nun gut, also da habe ich ja schon ein bisschen was ausprobiert. Ich bin dann doch wieder zu dem alten zurückgekehrt und track eigentlich so in der Regel immer die gleichen Sachen. So, da muss ich mal wieder ein bisschen rausholen. So, mein Mood Tracker, da habe ich dieses Mal dann kleine Sternchen gezeichnet und versucht es dann auch wirklich mit den Farben, die ich mir geholt habe, die so ein bisschen Silber, Gold und so weiter, also die so metallisch sind. Ich werde es auch einmal mit weiß machen. Werde ich versuchen, das so auszumalen. Passt halt bei Sternen einfach am allerbesten. Alleiner Day. Man sollte eben meinen und ich denke es mir jedes Mal, wenn ich diese Übung mache, es ist einfach nur was hingeschrieben, aber im Endeffekt tut es dir dann doch gut. Meine Ideen sind eben auch wichtig. Bei dem Leben Mome Notizbuch ist es halt hier dann mit der Solo. Du hast hier eine geriffelte Linie. Falls du wirklich was versaust, kannst du das wirklich rausreißen. Meine Ideen sind wichtig. Also da mache ich mal Brainstorming. Und 10 Dinge, das ist ein Format hier auf dem Kanal, mein Favoritenformat. Und hier sieht man zum Beispiel, hier habe ich dann festgestellt, ja, die Seiten halten mehr durch, aber doch nicht alles. Also drückt dann doch ein bisschen durch. Positives ist auch sehr wichtig. Also sich wirklich mal vor Augen halten, was man hat, sich pusht. Gerade wenn man ein bisschen Angst vor Terminen hat und so weiter und sich nochmal vor Augen hält, wie wertvoll man eigentlich selber ist. Telefon nütze ich meistens. Es ist echt witzig, seit ich diese Seite habe und ich bin mir bewusst, wenn ich so nicht mehr mache, dann brauche ich es wieder. Also von dem her nütze ich sie meistens immer für andere Dinge. Aber wenn ich telefoniere und nehme mir was aufschreiben muss, dann packe ich mir das immer hier drauf. So, und dann habe ich das Moodboard einfach weggelassen, weil das in letzter Zeit einfach, ja, ich habe es nicht genutzt. Also werde ich zukünftig meine Wünsche hier reinschreiben. Die zeige ich euch natürlich nicht. Das wird dann in Zukunft einfach abgedeckt dann von irgendwas. Ich bin mal gespannt, wie ich das mache. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin ganz traurig, dass das andere Buch irgendwie voll ist, weil bei mir ist es meistens so, ich fühle mich am meisten wohl in Notizbüchern, die schon so ein bisschen älter sind, schon so ein bisschen paar Monate benutzt wurden, schon so ein bisschen abgekrabbelt sind, aber das kommt hier mit der Zeit sicher auch. Das war mein Notizbuch für das letzte halbe Jahr, wenn nicht noch mehr. Ich versuche jetzt halbjährlich, ähm, da halt einfach auch, ähm, ja, einzutragen. Also dann auch immer ein neues Notizbuch zu verwenden. Das habe ich von Ryder Carroll. Der hat gesagt, das ist am allerbesten und, äh, dieses, ähm, Layout ist mir einfach am allerbesten gelungen. Und da ist es wie gesagt zeitenverkehrt, äh, ihr seht's und ich will es eigentlich auch beibehalten. Dieses Layout habe ich, ähm, ja, auch wieder bei Pinterest gesehen. Habe es jetzt nicht so haargenau abgemalt, aber so ein bisschen. Ähm, und, äh, in dem Monat war ich unwahrscheinlich schlampig mit aufschreiben, ja. Also es war richtig übel. Stellenweise gar nicht aufgeschrieben. Das habe ich so gerade die letzte Woche gemerkt. Ähm, das hier hat mir echt gut gefallen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ich habe halt echt ziemlich viele Tage vergessen. Habe ich eingetragen und so weiter. Und hier seht ihr, das habe ich ja auch gelb gestaltet und es hat mir echt gut gefallen. Lustigerweise, muss ich jetzt an der Stelle echt feststellen, hat da der Tombo nicht durchgeblutet. Und bei dem Limomet doch. Finde ich seltsam. Finde ich echt seltsam. Aber nun gut. Ähm, ähm, positives wie schon erwähnt. Ich habe viel ausgelassen, weil ich es einfach vergessen habe. Aber das ist eine wichtige Übung und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Alleiner Day, wie schon erwähnt, auch wenn man nur zwei, drei Worte aufschreibt, ist das halt einfach eine wichtige Übung. Und wie ihr seht, äh, Telefon ist frei. Also ich habe es dann auch für nicht wirklich viel genutzt. Und äh, bei zehn Dingen stehen halt auch nur drei Sachen. Ich finde, so ein Notizbuch sollte kein Zwang sein, ja. Also ähm, der Habit-Tracker, ähm, da muss ich mir jetzt auch zukünftig mal überlegen, ob ich nicht was anderes auch noch zusätzlich tracken möchte. Und äh, die Ideen sind inzwischen schon wirklich wichtig bei mir im Buch geworden, damit ich einfach auch mal so ein bisschen festhalten kann, ähm, was ich eigentlich machen möchte und so weiter. Der Sleep-Tracker ist wieder in der alten Form. Da hatte ich ja im letzten Monat ja mal ein bisschen rumprobiert. Und ja, ähm, mein Vision Board, ähm, ist, äh, nicht sehr überzeugend. Deswegen habe ich es jetzt einfach weggelassen. Falls du selbst ein Bullet Journal führst, kannst du mir gerne mal was verlinken, wenn du Lust hast. Es ist immer geil, neue Ideen zu finden. Und äh, ich habe aber auch einen Bullet Journal Instagram Account. Den verlinke ich dir mal im ersten Kommentar. Und wenn du mich da markierst, dann sehe ich das auf jeden Fall. Da bin ich regelmäßig drauf. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich welle mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!